Es geht weiter, dann benutzt Sidney nicht wie viele andere Menschen vielleicht Gleit-Game oder sonstiges, sondern ergreift zum Nassel-Olivenöl. Olivenöl finde ich auch an der Stelle wirklich bodenlos. Olivenöl im Stehen an der Fensterbahn. Sidney, benutzt du das gleiche Olivenöl fürs Kochen? Ja. Oh mein Gott. Ihr versteht das alle falsch. Damit hat Winnie auch gekocht. Nein, das verstehen die ja alle gar nicht. Eli, ihr müsst euch vorstellen, ich komme runter zum Kochen. Ich habe ja immer gekocht. Und immer stand das Olivenöl nicht da, wo er stehen soll, sondern in seinem Zimmer. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Falsches Thema, Abu, du musst ja raus. Mit dem, was er macht, habe ich dann immer gekocht, unser Essen. Und irgendwann ist das rausgekommen. Kannst du jetzt sagen, dass du die Flasche in der Hand hattest, die er auch in der Hand hatte? Ja. Und das ist ja nicht, das ist ja das kleinste Problem. Da, wo er hinschießt, da habe ich gegessen. Nein, gesessen. Gesessen und gegessen, ja. Gesessen auch? Ja, ich stand doch mal eine Zeit lang da. Auf der Fensterbank? Auf der Fensterbank stehst du? Saß ich, ja. Und habe mit ihm einen Snortalk gemacht. Wann hast du es herausgefunden? Das kam ja so raus, dass ich irgendwann da saß und neben mir auf einmal so Klorollen waren. Und ich so, wenn mir dann so ein paar Gedanken gemacht habe, dann frage ich so, was machst du eigentlich? Ich so, ja, ich stehe manchmal hier und gucke raus und wedel mir ein. Ich so, wie, du guckst raus und wedelst dir ein? Das mit dem Olivenöl kann ich in einer gewissen Art und Weise noch verstehen. Probier es aus. Das fände ich schön ganz komisch. Ja, das braucht niemand und da kann man, ja, da stört es nicht. Du hast so wie so ein Hund, wenn du seine Decke liegen hast, hast du so deine Ecke, so deine... Ja. 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 Ja.